Heute habe ich Nestle Smarties Family Fun. Und zwar sind das Pralinen, lustige Pralinen mit Milchcreme. Anscheinend neu gab es bei World of Sweets, waren aber auch glaube ich nicht billig. Gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind auf eine leckere Fantasiereise um die Welt und erleben Sie viele, viele bunte Geschichten, bunte Weltkarte und wissenswertes über die Welt auf der Innenseite. Okay, da sind eine Portion sind zwei Stück. Eine Portion, zwei Stück haben 80 Kalorien. Beide auf, die ehren. Ich werde jetzt eben mal schauen und los небes in der et üste. Okay, ich bin auf deiner. Nein, danke. Europäische Eichhörnchen, Bisons, Löwen, Pandabären und Kualabären. Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt habe ich die Bedeutung. Ach, das war so nicht geplant. Gut. Panda und Bison. Schmeckt mir auch lecker. Da ist irgendwas, was ich drin mag. Irgendwie sehr milchig. Also milchiger als normale Schokolade. Die gefallen mir. Aber ob man das braucht, ich weiß nicht. Gut, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Video. Heute habe ich Nestle Yes. Und zwar in einer Sonderedition. Und zwar...